Dir ist es vielleicht nicht bewusst, aber auch du hast schon einen Kopfhörerverstärker benutzt. Der steckt zum Beispiel in deinem Laptop oder deinem Smartphone. Aber was macht der eigentlich und warum willst du in Zukunft vielleicht sogar einen besseren externen haben? Hi, hier ist Joshua von HiFi.de und in diesem Video erkläre ich euch, wie so ein Kopfhörerverstärker funktioniert und warum es manchmal Sinn macht, sich sogar noch einen externen zuzulegen. Um zu verstehen, was so ein Kopfhörerverstärker macht, lohnt es sich, das Prinzip von Verstärkern und Lautsprechern anzusehen. Der Verstärker bekommt ein äußerst schwaches Signal von der Quelle und verstärkt dieses und somit versorgt er die Lautsprecher mit Strom. Dieser fließt in die Metallspulen hinter den Treibern und erzeugt um die Spulen ein Magnetfeld. Je nach Intensität und Fließrichtung des Stroms bewegen sich die Spulen dann vom Magnetfeld weg oder auf es zu. Die Membran wird dadurch in Schwingungen versetzt und erzeugt so Schall. Die meisten Kopfhörer funktionieren nach demselben Prinzip und so ein Kopfhörerverstärker hat also so gesehen den gleichen Job wie sein großer Bruder. Lautsprecher benötigen natürlich deutlich mehr Power als Kopfhörer. Deswegen genügen für deine Kopfhörer kleinere Amps, die dafür besonders detailliert arbeiten. Da verwundert es aber auch kaum, dass die günstige Klinkenbuchse deines Laptops deine Kopfhörer zwar mit Strom versorgen kann, aber halt nicht in der besten Qualität. Es braucht übrigens keine Handkopfhörer, um einen Unterschied zwischen Laptopbuchse und Kopfhörerverstärker herauszuhören. Bereits ein Beyerdynamic DT770 Pro, den du für ungefähr 140 Euro bekommst, profitiert deutlich hörbar von der Extra-Verstärkung. Mit Luxus-Kopfhörern wie dem Sennheiser HD800S werden die Unterschiede dann aber auch besonders deutlich. Teilweise bist du aber auch auf einen speziellen Kopfhörerverstärker angewiesen. HiFi-Kopfhörer mit planar-magnetostatischen Treibern brauchen so viel Leistung, dass die Verstärker in Laptop und Co. einfach nicht ausreichen. Wenn ich ehrlich bin, höre ich mit Abstand die meiste Musik über Streaming-Dienste, also als digitale Version. Und da bietet sich eine Sonderform des Kopfhörerverstärkers an. Dieser versorgt nicht nur deinen Kopfhörer mit genug Power, sondern wandelt auch das digitale Signal in ein analoges um. Dafür hat es einen Digital-Analog-Wandler, oder kurz DAG, integriert. Oft haben diese einen USB-Anschluss. Es gibt aber auch viele mit anderen digitalen Anschlüssen für CD-Player, Streamer oder Fernseher. Wie oft Kopfhörerverstärker und DAG gemeinsam verbaut sind, siehst du auch in unserer Liste der besten DAGs. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dabei braucht die Kombi aber auch gar nicht unbedingt so viel Platz. In so kleinen kabellosen In-Ears sind ja auch schon beide verbaut. Der AudioQuest Dragonfly Cobalt vereint auch beides und ist einfach so groß wie ein USB-Stick. Viel einfacher kannst du den Sound deines Laptops nicht verbessern. Der Chord Mojo 2 ist etwas größer, aber hat auch einen eigenen Akku und bietet sich damit besonders für unterwegs an. Es gibt natürlich aber auch andere Kombinationen. Der Cambridge Audio Alva Duo funktioniert zum Beispiel auch als Vorverstärker für deinen Plattenspieler mit Kopfhörerbuchse. Natürlich haben die meisten Hi-Fi-Verstärker auch so eine Kopfhörerbuchse. Externe Lösungen sind aber meistens doch besser. Wenn du nur ab und zu eine Serie auf Netflix oder Videos auf YouTube guckst, reicht die Buchse an deinem Laptop wahrscheinlich aus. Hast du aber gute Kabelkopfhörer und hörst leidenschaftlich gerne Musik, dann könnte so ein Kopfhörerverstärker echt was für dich sein. Kopfhörerverstärker wie den Hi-Fi Audio, Zen Duck V2 bekommst du teilweise schon für unter 200 Euro und die passen auch auf jeden Schreibtisch. Wenn du also mal wesentlich mehr Geld in Kopfhörer investiert hast, solltest du dir bewusst sein, dass du sie deutlich unter ihren Möglichkeiten nutzt. Du wirst dich dann wahrscheinlich wundern, was da noch alles rauszuholen ist. Ich nutze unterwegs eigentlich nur Bluetooth-Kopfhörer. Damit die einen besseren Klang haben, brauchen sie die richtigen Codecs. Und was es damit auf sich hat, erkläre ich übrigens in diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit etwas weiterhelfen. Bis bald!